Genau. Ja? Ich hab grad den Serkan angerufen, Mann. Ja? Er hat mir gesagt, du bist der Hums, der die Steffi angepackt hat, Mann. Die Steffi? Die Steffi, Mann. Ja? Steffi, es geht doch um Steffi, ne? Ja, Mann. Ja, das wollte doch mein Kollege wissen. Hä? Mein Kollege aus Indien. Alter, ich schalte auf deinen Kollegen aus Indien. Was ist das? Das kannst du nicht so sagen. Ich gebe ihn dir mal, ja? Nein, Mann, ich will nicht mit dem reden. Doch, warte mal. Alter, das ist so... Hatschan? 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 Bleib mal ganz so durch, okay? Hatschan? Warte auf, das geht um die Steffi, ja? Hatschan? 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 Warte mal. Guck mal. Das geht da um die Steffi, ja? Ja, und? Ja, und? Was habt ihr denn für Probleme? Aber ich mein, bei uns in Indien ist das so... Hatschan? 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 Ja, aber das geht da um... Guck mal. Hör mal zu, okay? Warte auf, das ist eine Sprichwort gibt bei uns in Indien. Viele Leute sagen bei uns in Indien, das wird auf dem Kalkutta gesagt, und jeder muss so teilen wie Brüder. Verstehst du? Es geht ums nackte Überleben. Und jeder braucht irgendwo mal seinen Spaß. Verstehst du? Es gibt genug Frauen auf der Welt. Warum machst du so viele Probleme mit wegen dieser eine? Hä? Hä? Hatschan? Alter, verarsch mich nicht, Mann. Was ist denn los? Mit 50 Türken, Mann. Ich rauchte in die Brüder. Ja, aber warum brauchst du denn 50 Türken? Ich frage sie gleich aus. Halt den Mund. Aber warum willst du denn mit 50 kommen? Alter, ich hab Särkan angerufen, Mann. Er hat gesagt, du warst das. Oder der Homs. Es gibt nichts mit dem Homs. Ja, aber du... Aber du kannst doch nicht sowas machen. Alter... Man kann das auch mit dem Mund... Man kann das auch mit dem Mund reden. Alter, ich hab schon mal einen auf die Fresse gekriegt im Mist geboren. In Indien machen wir viele Kämpfe. Mit Pitbulls. Mit Bären. Ich scheiße auf dich. Auf deine Mutter. Auf deine Familie. Auf deine Sippe. Ich scheiße auf... Aber die sind doch gar nicht hier. Wie willst du da drauf scheißen? Hä? Die sind doch gar nicht hier. Halt den Mund, Mann. Immer zu Hassan. Wir sind doch... Wir sind doch alles Aus... Nein, warte mal. Wir sind doch alles Ausländer. Guck mal, ich bin da eine Inder. Du bist da eine Türke. Und Homs ist eine Pakistaner. Alter, wir sind mit dem Zusammenhalter. Wir sind jetzt in Deutschland. Verstehst du? Alter... Hä? Alter, halt deine Fresse, Mann. Wir hoffen nicht zu wollen. Ich bringe dich unter mich. Gewürzt, Maul! Ey, du. Was hast du denn? Du musst doch nicht so sauer denn. Warum bist du so sauer? Halt deine Fresse, Mann. Aber warum bist du denn so sauer? Eine Fresse. Sag doch mal bitte. Eins, Maul! Aber warum denn? Ich komm mit fünf Stunden dahin. Ich hol deine ganze Familie kaputt, du Mist geboren. Aber, aber dann musst du ja ein Ticket. Deine Sippe, lass mich jetzt reden. Halt's noch. Ich komm da hin. Mit fünf Stunden. Dann hol ich den Homs raus. Den Mist geboren. Dann hol ich den mal auf die Fresse. Dann kommst du mir rein. Dann bist du dran, du Penner. Ich hab den Sack daneben angerufen. Ich weiß, wo du wohnst. Wo der wohnt. Ich bring mich um. Aber ich wohne doch in Karkota. Bring mich um. Halt die Fresse. Willst du fünfzig Ticket kaufen? Willst du fünfzig Ticket kaufen? Tickets? Hallo? Hä? Willst du fünfzig Tickets kaufen? Und nach Indien fliegen und mir Schnauze hauen? Die Tickets fallen keine Fresse. Ich hol dir noch zum Haul. Aber pass doch mal auf. Hör mir mal zu, okay? Guck mal. Du kommst ja mit fünfzig Mann. Wie sollen die alle in dieses Haus passen? Alter, mach mich nicht sauer, Mann. Du der Homs. Der hat die Steffi angemacht, Mann. Und dafür ist dein Leben zu Ende. Jetzt halt's Maul. Wenn du mich mit deinem schweiß indischen Klamofen sagst, geh es da ausstellen auf's Maul. Aber... Aber Hasan. Du weißt doch. Wir sind doch alles Menschen. Wir können doch reden. Seid immer, wo jeder denkt so wie du. Dann werden doch viele... Viele Menschen würden dann sterben, oder? Oh, Halt's Maul. Halt die Fresse. Hol den Homs hier hin. Hol den Homs am fein Telefon. Sonst fang ich dich kaputt. Aber... Aber Hasan. Halt's Maul. Hol den Homs hier hin. Willst du den Homs sprechen? Halt's Maul, du Penner. Hol den Homs hier hin. Aber der Homs, der telefoniert grad mit der Steffi. Der telefoniert mit der Steffi. Alter. Ja. Halt deine Fresse. Halt's Maul. Halt dein einfach dein blödes Maul, du Mist gebohrt. Ich will ihn umziehen. Digga. Ey. Was? Guck doch mal. Bitte willst du dann schlagen? Warum willst du schlagen? Hä? Warum willst du schlagen? Alter, was schlagen, Mann? Was willst du von mir? Hol die Homs, was soll ich vom Mund? Hä? Aber warum willst du denn schlagen? Nun beantworte doch meine Fragen und wird nicht immer gleich so auffällig. Bitte. Alter. Wir sind doch alles Freunde. Ja, halt dein Maul. Okay. Deine Fresse, Mann. Okay. Pass da auf. Ja, ich geb dir den Homs. Okay? Gib mir den Homs. Okay. Aber bitte sag bitte. Halt's Maul. Du trägst ja Jusen und Homs her. Aber du sollst nur bitte sagen. Halt's Maul. Ich sag dann bitte. Gib den Homs. Du trägst ja was weiß ich was du bist. Gib das mal. Sag doch mal bitte. Sag doch mal bitte. Halt's Maul. Sag bitte. Einmal bitte. Ich geb dir sofort den Homs. Okay? Ich geb dir sofort den Homs, wenn du bitte sagst. Alter. Einmal nur bitte. Alter. Sag bitte. Alter. Ja bitte. Gib den Homs. Bei uns. Alter gib das nicht. Alter gib den Homs, Mann. Aber Alter gib das nicht. Das gib nur bitte. Einmal bitte. Bitte. Alter ich sag dann bitte. Gib mir den Homs. Ne. Ich geb dir den Homs nicht. Was? Aber bitte denn. Ich geb ihn dir nicht. Alter. Fick ich komm dahin, Mann. Ich komm dahin. Ich komm dahin. Ich hole dich kaputt. Du Pixer. Halt deine Maul jetzt. Fick jetzt auf. Du Mist geworden. Ich find raus wie du Piss da raus. Ich dich kaputt. Okay. Ich geb dir den Homs. Ja hallo. Ey. Ja. Warum rufst du denn bei mir an? Halt deine Maul und Penner. Digga. Ich kenn keine Steffi. Mal ganz ehrlich mal. Du Mist. Du hast die Steffi angemacht. Du Arschloch. Ich kenn den. Ich kenn den Steffi nicht. Halt deine Maul. Echt nicht. Du. Halt deine Maul ey. Halt deine Fische. Halt die Fische. Halt die Fische. Halt die Fische. Halt die Fische. Und warum? Ja. Ich sag dir nur einmal. Ich sterben wirst du. Und wie? Halt die Fische. Halt die Fische. Halt die Fische. Halt die Fische. Und deine Mutter. Hä? Das war's für heute.